Das letzte Mal haben wir endlich das obere Stockwerk betreten und in dieser Folge werden wir uns da ein bisschen näher umschauen. Außerdem habe ich die letzte Folge ja meine Riesenwurmseele aktiviert. Schon wieder ein letzter Wächter! Bann! Moment, was sagst du eigentlich zu dem Laser? Oh, der ist äußerst effektiv. Nein! Pfui! Nein! Pfui! Nein! Böser letzter Wächter! Böse! Parier doch nicht alles! Ich wüsste gerade auswendig, welche Seele wirklich effektiv gegen ihn ist. Oh! 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 Geil! Ich habe seine Seele bekommen! Eine der nervigsten Seelen im Spiel! Damit können wir quasi gegnerische Angriffe blocken. Hier haben wir Satans Ring! Ähm! Ähm! Der erhöht ziemlich alle Werte. Aber ich glaube, ähm, war da nicht irgendwas von wegen ich bekomme Schaden, wenn ich Plänen benutze oder sowas? Ne, der ist einfach nur total gut. Okay! Seelen Ring! Es kann auch sein, dass ich das jetzt gerade wieder mit Dawn of Sorrow verwechsel, was ja gerne mal passiert. So, ähm, wir gehen den Weg. Oder muss ich dann nochmal an dem letzten Wächter vorbei? Ne, ich kann über den drüber fliegen. Wenn man die richtige Seele ausrüstet. Ähm... Okay. Flupp! Flupp! Oh, du kannst dich nicht umdrehen. Doch, kannst du. Huch! Hahaha! Au! Verdammt! Benutzen wir unsere letzten normalen Tränke. Die bringen eben immer allzu viel. Hahaha! Verdammt! Ah! Gut, er kann sich doch umdrehen. Gut, dass wir das geklärt haben. Mensch! Hahaha! So! Lubrikant! Stirb! Und Stolas, du stirbst auch. Bitte! Bevor du wieder irgendwas hierher, äh, portest. Arschloch! Hahaha! Der hat sich mir genau in den Weg gestellt. Okay. Gott, hier geht ja der übelste Shit ab. What the fuck? L-Laser! Ah, okay. Ich hab noch ein paar normale Nervennahrung. L-Laser! 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 Ah, nein, nein. Küss mich nicht. Küss mich nicht. Wow! Okay. Danke. Äh... So! Stirb! Elendige Erinie! Meine Güte! Was ein Stress! So! Mensch! Lass mich alle in Frieden! Okay. Äh, Peeping Eye. Äh, du... Kommst nicht. Pff! Okay. Ah, hallo! Äh, Beil! Na! Ich hab wieder äußerst wenig HP. Äh, au! Ei, 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 ei! Okay. Aber bis zum Save Point sollte ich's theoretisch noch schaffen. Theoretisch. In der Theorie heißt das. Ich glaub nämlich, der war hier drüben. Ach nee, hier ist erstmal was anderes. Und das Peeping Eye schlägt sogar hier aus. Das ist ja cool. Zups! 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 Na komm schon. Bam! Und damit kommen wir zurück zum Clock Tower, wenn wir wollen. Wenn wir dann unbedingt zurück in den Clock Tower möchten. Falls wir nicht genug davon bekommen. Dann können wir da durch. So, da war ich jetzt nur drin, um das mal erkundet zu haben. Und weiter geht's zum Save Point. Damit ich hier keine Heilgegenstände mehr verschwenden muss. Das war echt toll. Ah, dann war der weiter oben. Dann war der hier. Da drüben. Da war er. Definitiv. Ja. Ich kenn mich halt aus. So. Als nächstes haben wir einen etwas größeren Raum zum erkunden. Oh, da komm ich gar nicht durch. Ups. Weiter unten. Da. Wunderbar. Natürlich wieder mit einem roten Minotaurus. Den mach ich jetzt einfach ganz kurz einen Prozess. Alter. Wirf doch nicht deine Axt weg. Meine Fresse. Level up. Keine Seele. Warum denn auch? Äh. Okay. Hallo, Irene. Echt uncooler Zeitpunkt gerade hier zu erscheinen, wo ich ein bisschen rumfliegen muss. Ähm. Ist da oben was? Da haben wir Kaladbolg. Kaladbolg ist das Schwert der Dunkelheit. Also quasi auch ein Schwert mit Dunkelangriff. So. In etwa. Wie die. Wie die. Ähm. Na. Wie die. Wie die. Wie die. Wie die. Wie die. Sense. Nur eben mit einer kürzeren Reichweite und dafür wesentlich schneller natürlich. Dafür natürlich wesentlich schneller. Ähm. Ich könnte eigentlich mal auch überlegen, den Boss, den ich meine, mit Kaladbolg umzuhauen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Diese Irinien sind hier unglaublich böse verteilt. Speziell, weil man hier echt viel rumfliegen muss. So. Äh. Man sieht schon, das ist ein äußerst umfangreicher Raum. Hier oben wollen wir noch nicht durch. Doch, hier wollen wir schon mal durch. Nein, nein, mein Mann. Ah, verdammt. Ech. Verdammig. Das ist echt blöd. Nein. Also, das ist das Gitter quasi von der anderen Seite. Da oben. Kommen wir quasi hier raus. Das ist direkt über dem Save Point. Ich glaub. Was war denn hier nochmal? Hier war gar nichts. Okay. Äh. Blödes Mana. Ähm. Jetzt wollen wir hier mal ganz nach unten. Ich nehm mal nochmal mit. Keine Seele. Ui. Ui. Nein, 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 nein. Jawoll. Prima. Da nochmal. Da ist noch einer. Ups. Das war ein bisschen knapp. Aber kein Problem. Der Basilisk ist tot. Äh. Da wollen wir gleich noch runter. Erst mal gucken. Ach. Das Vollend was für uns hat, wollte ich sagen. So. Und da kommen wir einfach wieder da hoch. Ich glaub der Raum ist jetzt wirklich erkundet. 98,1%. Hey. Ah. Hier haben wir den Eisengolem. Und der Eisengolem hat so ne derartig hohe Verteidigung, dass wir ihm nur einen Schaden machen. Egal mit was für ner Waffe. Außer mit unserem Umhang. Und das find ich ne echt coole Sache. Hier haben wir den Hippigryph. Der eigentlich Hippogryph heißt. Damit können wir diesen coolen Jump an die Decke machen. Und können uns jetzt quasi wirklich überall einfach frei bewegen, auch ohne Manaverlust. Ich schau mal ganz kurz, ob ich seine Seele bekomme. Ich mein, wir haben den Ring. Und warum sollen wir ihn nicht nutzen? Mal davon abgesehen. Ähm. Mit der Seele ist halt echt schnell umgelegt. Huch. Wenn man trifft. Natürlich nur. Äh. Ist hier Mana drin? Ja, Tatsache. Vielleicht nicht so blöd, wenn ich hier meinen Mana zwischendurch auffülle. Pam. Hält eine Menge aus, ohne zu zucken. Ähm. Damit werden wir, glaub ich, nicht zurückgeschleudert, wenn wir getroffen werden. Das mag im ersten Moment ganz cool klingen. Ist im zweiten Moment auch ganz cool. Aber im dritten Moment wird man merken, dass es einem ziemlich auf den Sack gehen kann, wenn man auf einmal 20.000 Mal gleichzeitig von einem Gegner getroffen wird, weil man eben nicht mehr außer, äh, Angriffsreichweite fliegt. Was dann wiederum weniger cool ist und für ziemlich schnelles Ableben sorgt. Ne? Ähm. Jedenfalls haben wir die Eisengolemseele. Damit habe ich eine der nervigeren Seelen auch mal wieder, ähm, weg. Weil ich glaub, die ist auch recht selten. Glaub ich. Glaub ich. Jetzt wollen wir da oben lang. Gespeichert habe ich. Ähm. Das haben wir hier drüben noch. Noch, ähm, Mana Prisma. Ähm. Von der Statue sollten wir uns nicht treffen lassen. Die macht nämlich ein bisschen Aua. Und wer Castlevania kennt, kennt auch diesen Treppenaufgang. Das bedeutet, wir sind kurz vorm letzten Boss und bekommen noch eine Blutträne. Ähm. Das ist quasi auch einfach wieder ein Gegenstand von wegen, hey, hier geht voll der Punk ab, wenn du das benutzt. Ähm. Ich glaub, die lassen wir auch ausgerüstet. Glaub ich. Oder nehmen wir Satans Ring. Ne, die Blutträne ist besser wegen der Verteidigung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gut. Lassen wir die Blutträne ausgerüstet. Und, äh, schauen wir uns hier noch ein bisschen um, dass hier alles erkundet ist. So. Hier ist der letzte Boss. Und bevor wir da rein stolzieren, werde ich eine Kleinigkeit erklären. Beziehungsweise, ne, werde ich nicht. Ähm. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Wir warten noch, damit diese Kleinigkeit zu erklären. Erst muss ich noch was erkunden. Ich hab nämlich dadurch, äh, dass mir eben das Mana ausgegangen ist, vergessen, dass ich hier noch hochfliegen kann. Hihi. Und hier haben wir ein Gargoyles, Gargoyles. Ein Mana Prisma. Und ich glaub, das war's jetzt nämlich. Jupp. Jupp, das war's. Okay. Ups. Äh. Wundervoll. Wundervoll. Ich geh noch mal in den Safe, um mein Mana aufzufüllen. Ich hab jetzt wirklich ein bisschen viel verbraucht. Ich möchte nicht ohne Mana in den Bosskampf gehen. Na, eigentlich ist es wurscht, ob ich in dem Bosskampf Mana hab oder nicht. Aber doch. Was haben wir denn für Seelen ausgerüstet? Wir nehmen mal... Hm. Ich hätte jetzt eigentlich gern die Rotminotaurenseele. Wir nehmen mal... Hm. Das Problem ist, ich hab damit wirklich die superprallen Seelen für den nächsten Bosskampf. Wir nehmen mal die Walküre wegen dem Heiligschaden. Wir nehmen... Wir nehmen die Hexe. Und wir nehmen... den... Kopfjäger. Ich speichere nochmal mit der aktuellen Ausrüstung. Sicher ist sicher. So. Ich kann auf dem Weg zum Boss eine Kleinigkeit erklären. An dieser Bostür entscheidet sich, welches Ending wir erstmal bekommen. Es gibt in diesem Spiel insgesamt drei Endings. Wenn wir... zur Bostür jetzt reinmarschieren und den Boss hauen, bekommen wir das Good Ending. Es gibt weiterhin noch ein Bad Ending und ein Best Ending. Das Bad Ending und das Best Ending bekommen wir nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Und die werde ich zeigen. Allerdings möchte ich euch erst das Good Ending zeigen. Das wahrscheinlich die meisten von euch sehen werden. Zu spät, Soma. Draculas macht es in meinen Händen. Draculas macht es mir egal. Mann. Ich suche nur den Hausweg aus dem Schloss. Lass mich heim. Mit meinen neuen Kräften kann ich dich leicht rausbringen. Aber du hast noch etwas, was mir gehört. Meine alte Taschenuhr. Du besitzt die Seelen meiner Dämonen. Kann ich diesen Frevel verzeihen? Niemals. Wisst ich, wie werde ich sie dir auf der Stelle wiedergeben? Selbst dann lasst du auf dir immer noch der Frevel des Diebstahls. Ist dir das nicht klar? Äh. Nein. Und Diebe müssen angemessen bestraft werden. Was bist du für ein egoistischer Mistkerl? Genau. Du bist des schweren Diebstahls schuldig. Ich verurteile dich zu Tode. Du bist ja irre. Ach was. Und als besondere Freude werde ich dich selbst bestrafen. Hier haben wir Graham. Den, äh, vorerst letzten Boss des Spiels. Und Graham hat, äh, zwei Phasen. In seiner, ne, insgesamt sogar drei Phasen. Guck mir leid. Upsala. Hihi. Ich hab vergessen, dass ich die Fledermaus grad nicht ausgerüstet hab. So. In der ersten Phase feuert er diese Feuerbälle, die ich eben, äh, bravourös einfach abgewehrt hab. Dank meiner übermächtigen Waffe. In der zweiten Phase sehen wir, was er machen wird. Ups. Ups. Da wird mich mal interessieren, ähm, ob das mit der Hexe auch abgewehrt werden kann. Ach komm, feuer mal wieder die großen Feuerbälle. Ich will das jetzt wissen. Nein. Hahaha. Okay. Gut. Dann weichen wir da einfach ganz normal aus. Ist auch in Ordnung. Dann war die Seele voll für'n Arsch. Macht aber gar nix. So. Aha. Wir haben ihn jetzt in seiner zweiten Phase. Ähm. Indem er einfach quasi diese Feuerbälle um sich rumwirft. Und hier, wo ich sitze, ist so ein kleiner Safe-Spot, kann man sagen, an dem er uns niemals treffen kann. Deshalb werd ich ihn einfach von hier beharken. Bis er in seine dritte Phase wechselt. Ich glaub's ja nicht. Ich bin noch im Spiel. Du hast Dracula's Macht immer noch nicht. Dir werd ich's zeigen. Und jetzt explodiert er in ganz viel Blut. Und, naja, wird das hier. Ähm. Hier erscheint dieser lustige Laser von oben, der uns verdammt viel Schaden macht. Außerdem kann er mit seinen Klauen angreifen. Und wir sehen immer ganz kurz, mit welcher Klaue er angreifen wird. Ähm. Man kann hier entweder, wie ich's mache, ähm, die Klein-Solais benutzen. Ähm. Oder die Todessichel. Was bei der Todessichel ganz interessant ist, ist, dass man quasi geduckt bleiben kann und trifft ihn immer noch. Allerdings, ähm, macht die, glaub ich, meines Wissens sogar weniger Schaden. Ähm. Ich will's jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Sondern ich verarsche ihn einfach ein bisschen. Huch. Oder er verarscht mich. Das ist auch gut. So. Okay. Ach, komm schon. Jetzt wollen mich seine Krallen aber echt grad so ein bisschen trollen, ne? So. Rechte. Und ich renn auch noch voll rein wie so'n Blöder. Haha. Links. Das. Im Endeffekt ist es, ist es recht easy. Das ist nicht. Nein. Oh, er wird transparent und explodiert. Und ist tot. Seine magischen Kräfte haben ihn verlassen. Das Schloss ist schwach. Das Portal zu deiner Welt müsste sich jetzt öffnen. Was soll ich tun? Befehle dem Schloss, das Portal zu öffnen. Vielleicht klappt es. Schön, ich versuch's. Äh, Schloss. Ja. Ich befehle dir. Ja. Öffne das Portal. Okay. Bring uns die Wir-Leben dorthin zurück, wo wir hergekommen sind. Okay. Das kann ich tun. Nichts passiert? Du öffst dich, das Gewebe des Raums bringen zu reißen. Zeit und Raum fallen in sich zusammen. Naja. Sind wir wieder zurück? Ja, kein Zweifel. Wir sind wieder zu Hause. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Hey, was ist denn mit den anderen? Keine Sorge, sie werden bald hier sein. Und das Schloss? Ist das Schloss noch in der Finsternis? Ja, es erwartet die Ankunft seines neuen Herrn. Eines Tages wird mir jemand wieder Draculas Gestalt annehmen. Doch wann, das weiß ich nicht. Was ist, Soma? Wir sind wieder zu Hause. Wozu die Trauermine? Mir ist, als riefe das Schloss noch immer nach mir. Vielleicht gehöre ich ja in Wahrheit dorthin. Hm. Ach, Einbildung. Du, du, du. Wir sind entkommen. Du bist daheim. Ja, hoffentlich bilde ich mir das nur ein. Du kannst dir Gedanken machen, wenn dich das Schloss wieder ruft. Jetzt aber ruh dich aus. Ja, du hast recht. Ja. Und das, meine Damen und Herren, war das Good Ending von Castlevania Aria of Zorro. Wie gesagt, das ist das Mittlere von drei Endings. Es gibt noch ein Bad Ending und ein Best Ending. Beide Endings können wir nur erreichen unter einer ganz bestimmten Voraussetzung, wie ich schon gesagt habe. Allerdings werde ich auch diese Voraussetzung erst in der nächsten Folge zeigen. Hihihihi. Ansonsten lasse ich euch jetzt kurz mal die Credits durchlaufen. Und, ähm, werde schon mal ein bisschen was dazu sagen. Denn Castlevania ist ein verdammt geiles Game. Spielts, kauft euch ein Spiel. Nee, es ist wirklich ein verdammt gutes Game. Gefällt mir unglaublich gut. Und es ist ja noch nicht vorbei. Wir haben weder 100% Map Completion noch 100% Soul Collection. Noch die beiden verbleibenden Endings. Aber trotzdem haben wir hier die Credits, die wir jetzt irgendwie überbrücken müssen. Na? Was haltet ihr denn von Credits? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ähhhhh. Zum Glück sind sie nicht allzu lang. Das muss man auch dazu sagen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel zum Spiel erzählen. Das ist das Problem. Weil es gibt noch die richtigen, richtigen Credits nach dem Best Ending. Die ich dafür eigentlich nutzen möchte. Für den ordentlichen Abschluss des Spiels. Sagen wir es mal so. Und das Spiel lässt mich nicht so ganz. Ich kann natürlich einfach Start drücken. Dann werden die Credits vorbei. Aber das ist ja auch eher so. Ne? Da kommen die Special Thanks. Das ist doch schon mal super. Und der Kenichiro Honda. Und wir bekommen zwei Charaktere auf dem Ending-Bildschirm. Ah. Und ein Kreuz. The End. Fragezeichen. Eigentlich gehört er hin. Weil das ist nicht das Ende. Spoiler! Konami. Und wir sind wieder auf dem Titelbildschirm. Ähm. Den Julius Mode werde ich auch noch zum Abschluss des Projekts zeigen. Allerdings, ähm, aktuell nicht. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie wir die nächsten beiden Endings erreichen können. Und was wir da für Voraussetzungen brauchen. Damit würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe das letzte Mal hat euch so weit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.